Wir grüßen mit mir recht herzlich den ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt-Marie, Herrn Ole von Beuys. Nehmen Sie gerne Platz. Und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Sind wir ein Land voller Nörgler, Herr von Beuys? Ich glaube, hier wird ähnlich genörgelt wie in den meisten anderen Ländern auch. Ich glaube, es fällt heute mir auf. Früher, als es noch kein Internet gab, hat jeder für sich alleine vor sich hin genörgelt und keiner hat es mitgekriegt. Und jetzt sind die Nörgler vernetzt und plötzlich eine Macht. Aber ich glaube, die Anzahl der Nörgler ist gleich geblieben. Haben Sie auch schon mal über die deutsche Politik genörgelt? Ja, wenn man das so von der Pike auf gelernt hat, ist man vielleicht gelassener. Es geht so, ja. Mich ärgern auch mal Dinge, aber eigentlich nicht so. Ich bin auch nicht so ein Nörgler-Typ. Wenn ich mich ärgere, verdränge ich das eher und dann ist alles wieder gut. Sie sind jetzt seit 2010 nicht mehr im Amt. Neun Jahre lang haben Sie in Hamburg nach, ich glaube, Sie sind der zweite Bürgermeister quasi der CDU gewesen, nach Kurt Siebekingen, richtig? Ja, genau, ja. So, neun Jahre Politik. Jetzt sind natürlich viele, viele Jahre vergangen. Wie sehr vermisst ein Mensch die Politik eigentlich? Also einen Mensch kann ich nicht sagen, aber ich bin ja bewusst zurückgetreten damals. Ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn Sie im Amt sind und werden abgewählt oder die eigene Partei jagt die zur Hölle, da hat man immer das Bedürfnis, das immer zu zeigen, dass man eigentlich der Beste und Größte ist. Aber da ich selber nach neun Jahren das Gefühl hatte, es reicht, bin ich mit mir da im Reinen und vermisse nichts, nein. Nicht mal einen Tag vielleicht mal gedacht, man, ich könnte es doch eigentlich besser als die. Das denke ich andauernd, aber das schon. Nur vermissen heißt ja, dass man sich wehmütig danach zurücksehnt. Und das tue ich nicht, das war eine tolle Zeit. Ich war vorher ja auch acht Jahre Oppositionsführer, also in Hamburg 17 Jahre lang Berufspolitiker und da habe ich mir gesagt, das reicht. Und bin mit mir da, wie gesagt, glaube ich im Reinen und habe das gerne gemacht, aber dass ich eine Sehnsucht zurück habe, das kann ich nicht sagen, nein. Aber wenn sie etwas vermissen sollten, was wäre es eigentlich? Wo sie sagen, hey, ist das vielleicht die Macht? Oder vielleicht auch die Entourage, die man so hat? Nein, das kann ich gar nicht, obwohl das tolle Leute waren. Aber die habe ich auch nicht als Entourage empfunden, sondern würde ich als sehr eigenwillige, eigenständige Mitstreiter. Aber die Macht ist ja auch relativ, sie werden ja andauernd zu Recht auch hinterfragt und müssen das abstimmen. Was manchmal, wo es immer noch juckt, also angenommen, sie fahren durch die Stadt und da ist eine Baustelle, da fahren sie immer wieder vorbei. Und das nervt unglaublich. Und jedes Mal, wenn sie vorbeifahren, passiert ja nichts. Also ein Mist, früher hätte ich zum Telefon gegriffen und gesagt, Leute, was ist da los? Macht mal einen Bericht, warum geht das nicht voran? Was können wir machen, um das schneller zu machen? Und das geht natürlich nicht mehr. Die Möglichkeiten hat man ja zu Recht nicht mehr. Aber das war ganz schön. Das heißt, wenn man für den täglichen Ärger sah, eingreifen zu können, das fand ich angenehm. Sie finden, in Hamburg gibt es nur eine Baustelle, die Sie nervt? Nein, mehrere. Ich fahre inzwischen meist mit der Bahn, ehrlich gesagt. Da ist man unter der Erde und merkt es nicht so. Fahren Sie gar nicht im Auto? Ganz wenig, ganz wenig. Also ich wohne in der Nähe einer U-Bahn-Station, mein Büro ist in der Stadt. Und es geht gar nicht um Ökologie, was auch immer. Es ist einfach schneller und praktischer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ich wollte schon fast sagen, der alte Bürgermeister ist quasi grün geworden. Nö, bin ich nicht. Aber wie gesagt, es ist einfach schneller. Und ich finde auch Bahnfangen ist angenehm. Es geht fix und man kann so für sich hindösen, muss sich auf den Verkehr achten. Ich finde es ganz schön. Sie pendeln aktuell sehr viel zwischen Hamburg und Berlin. Ja. Das heißt, man hat auch sehr viel Zeit zu lesen. Ja. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass Sie täglich zwei, drei, vier Zeitungen lesen. Oder beziehungsweise online wahrscheinlich. Ja, unterschiedlich. Also ich habe noch, ich denke gerade nach zwei Zeitungen, die Print kommen. Aber ich lese sie doch meist online inzwischen, ja. Was hat sich für Sie in der Politik, wenn Sie so viele Berichte lesen, was hat sich für Sie in der Politik grundsätzlich verändert? Ich habe das Gefühl, es ist alles schneller und künstlich aufgeregter geworden. Also ein falsches Wort oder ein falsch empfundens Wort oder irgendeine Kleinigkeit wird unglaublich aufgebauscht. Und die Politik reagiert dann auch unglaublich schnell. Mal richtig und mal falsch. Aber die Zeit, sich Ruhe zu nehmen, auch mal zu sagen, ich muss nicht sofort reagieren. Ich denke mal nach. Und so ein bisschen so eine künstliche Geschwindigkeit aus der Geschichte rauszunehmen, das wäre ganz Wohltun. Ich habe das Gefühl, aber das mag auch sein, dass man im Älteren werden kritischer wird, dass es einfach vordergründiger und schneller geworden ist, was der Qualität nicht unbedingt gut tut. Liegt es vielleicht auch daran, dass Menschen auch, sagen wir es mal so, schnelle Reaktionen erwarten? Ja, aber die Erwartung anderer ist doch nicht unbedingt Maßstab meines Verhaltens. Aber es ist der Wähler. Ja, ich glaube aber, die Wählerin und der Wähler, um es ganz korrekt zu sagen... Oh, Entschuldigung. Nein. Ich glaube, die haben ein gutes Gefühl, einen guten Instinkt dafür, ob derjenige, der die Verantwortung übernimmt, dass man eine gewisse Ruhe, Distanz, Gelassenheit und Sachkenntnis macht oder ob er andauernd aus der Hüfte ballert. Und ich finde, es wird zu viel aus der Hüfte geballert und die dauernden Tweets oder eine dauernde Präsenz in den sozialen Medien, das macht zwar schön für die Eitelkeit sein und mal so viel Follower und Pille-Palle, aber ich glaube, die Leute honorieren das gar nicht. Das interessiert die gar nicht. Die wollen Qualität und nicht die Häufigkeit der Namensnennung. Sind Sie eigentlich auf Social Media unterwegs? Nein. Also selber? Nein, ich bin nicht bei Facebook. Kein Instagram? Ich bin bei Twitter gar nicht. Kein Facebook? Nein. Kein Twitter? Nein. Sicher? Ja, klar. Vielleicht arbeitet jemand mit meinem Namen, das weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Ich nicht. Nein, also mir reichen E-Mail und WhatsApp-Nachrichten, alles andere habe ich keine Lust. Ich glaube, auch die Welt interessiert nicht, was ich zu Abend esse oder wo ich im Urlaub bin. Da habe ich kein Bedürfnis, das reinzustellen. Da geht niemandem was an und ich glaube, es interessiert die meisten vernünftigerweise auch gar nicht. Wir zeichnen die Sendung heute zur frühen Abendstunde auf. Daher meine Frage, was haben Sie heute zum Mittag gegessen? Sie haben kein Social Media, vielleicht können wir es hier kurz erzählen? Ich habe eine Lasagne gegessen von einer Schlachterei um die Ecke, die fertige Lasagne anbieten und die in der Mikrowelle heiß gemacht. Wenn der Bürgermeister Adi, also Adi heißt ja außer Dienst, unterwegs ist heute in Hamburg. Nehmen Sie sich auch mal die Zeit, sich mit Menschen zu unterhalten oder sind Sie eher inkognito unterwegs? Wenn die Leute einen erkennen und reden wollen, natürlich. Aber das lässt es auch nach den Jahren. Also am Anfang, als es direkt nach der Amtszeit war, sogar während der Amtszeit, da werden Sie ja dauernd angesprochen. Auch Leute, die Wünsche haben. Und jetzt gibt es hin und wieder ein freundliches Nicken oder die Leute fragen, Mensch, wie geht es Ihnen denn? Lange nicht gesehen. Oder entweder sagen die Menschen, die sehen ja wohl aus oder sehen elend aus, je nachdem, wie man gerade drauf ist. Aber so vertiefte Unterhaltung gibt es hin und wieder mal. Und wenn es sich anbietet, gerne. Aber die meisten Leute wollen ja auch in Ruhe gelassen werden. Was war das letzte Gespräch mit einem Wähler oder mit einer Wählerin? Das war zu dem Thema, wo wir vorhin gesprochen haben. Dass jemand sagte, mit dem Verkehr, also mit den Baustellen, das ist alles ganz furchtbar und ich fühle mich schikaniert und drangsaliert, das geht nicht so weiter. Machen Sie doch mal was. Ich würde ja gerne, aber ich bin nicht mehr dabei. Also das rote Telefon haben Sie nicht mehr. Sie haben keinen direkten Draht ins Rathaus und können sagen, hier, ruf mal her. Hier, du, sag mal, Peter, Ciancia. Also wir duzen uns nicht. Und ich finde, also als ich im Amt war und meine Vorgänger hätten mich an Daumen anrufen, wäre ich auch genervt gewesen. Sondern jeder muss dann Kram machen, wenn er für die Zeit in der er gewählt ist. Und wenn man dann, dann ist es mal ja auch weg. Natürlich habe ich die Telefonnummer, aber ich würde da keine Sonderrolle spielen. Wann war Herr von Beuys das letzte Mal im Kino? Die Frage habe ich befürchtet. Ja. Ich habe drüber nach, also bestimmt anderthalb Jahre her, also vor Corona. Aber bitte nicht fragen, welcher Film es war. Ich weiß es ehrlich. Wäre meine nächste Frage, aber First and Furious war es nicht. Nein, das bestimmt nicht. So Road-Movies im weiteren Sinne oder dauernd sich überschlagene Autos. Das ist unbedingt mein Ding. Oder wenn das 10 Minuten war, aber dann reicht es. Was gucken Sie denn gerne für Filme? James Bond zum Beispiel. Ich freue mich, ja, ich freue mich auf den nächsten James Bond-Filmen. Großer Film. Und ansonsten, ich bin nur so mäßiger Kinogänger. Also ich bin schon, ich gucke mir gerne Serien an, Netflix oder anderen Anbietern, das schon. Aber geht auch hin und wieder mal ins Kino, aber so häufig auch nicht, ehrlich gesagt. Seit dem 1.7. kam man jetzt ins Kino. Schauen wir. Sonst gehen wir, wenn Sie Lust haben, gehen wir zusammen in Bond-Konko. Soll ja bald kommen. Ja, der soll, September, Oktober soll er ankommen. Ich habe mich schon mal gründet. Sehr gut. Ich reserviere die Tickets für uns. Aber Popcorn geben Sie aus. Okay. Alles klar, Deal. Und die Nachos kommen dann von Jens. Mit der fetten Käsesoße, ja. Bin dabei. Oh ja, lecker, lecker. Ab ins Kino. Und morgen, meine lieben Freunde, ist ja das Finale. Niente Deutschland, Niente Türkei. Beide rausgeflogen. Aber dafür gibt es morgen ein spannendes Finale. Italien gegen England. Bei Alvolo wissen wir, die sind definitiv für Italien. Was ist Ihr Tipp für morgen Abend? Also ich bin für Italien und hoffe, dass Sie gewinnen. Tipp, was weiß ich, 2-0. 2-0. Alles klar. Ja, 2-0, 10 Euro. Wette ich im Namen von Herrn von Beuys. So, aber ich teile nicht, wenn Sie richtig lieben. Aber ich finde die Italiener spielen toll. Das ist so irgendwie so richtige Freude am Spiel und Enthusiasmus. Die Engländer sind irgendwie natürlich abgewichste Hunde, aber darum hoffe ich, dass sie Italiener es schaffen. Ja, das lasse ich mal so im Raum stehen. Sie pendeln sehr viel zwischen Hamburg und Berlin. Ich erinnere mich immer an dieses eine tolle Plakat von Ihnen. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, es war der Wahlkampf 2004. Da gucken Sie aus dem Fenster, sind relativ lässig, Krawatte leicht auf und dann steht da so was wie Hamburg im Herzen. War das nicht so? Ja, immer Hamburg im Herzen, glaube ich, stand da ja. Kann man mich noch gut daran erinnern? Hamburg im Herzen, ja. Was ist das Erste, woran Sie immer denken, wenn Sie mit der Bahn von Berlin nach Hamburg fahren? Oder reinfahren quasi? Gibt es so Gedanken, die Sie einen durch den Kopf jagen? Ja, man freut sich ja, wenn man ankommt. Und ich bin immer froh, wenn ich im Bergedorf bin, dann weiß ich, ich bin gleich zu Hause. Das ist kein origineller Gedanke. Und manchmal macht der Zug so einen Schlenker und fährt nicht direkt so über Bergedorf, aller Mühe und so weiter rein, sondern macht so einen Schlenker auf die Linie Richtung Süden und fährt dann in der HafenCity vorbei. Und da aus dem Fenster zu gucken und zu sehen, wie das so entstanden ist, ist ja zu meinen Zeiten, die konkrete Planung kommt ja aus meiner Zeit. Und zu sehen, was daraus geworden ist, darüber freue ich mich jedes Mal. Darf ich einmal ganz gemein sein? Kommt drauf an, ja. Wenn Sie dann durch die HafenCity vorbeifahren und dann sehen Sie die Elbphilharmonie, denken Sie manchmal, man hätte auch günstiger sein können? Ja, natürlich, klar. Aber auf der anderen Seite ist die Freude jetzt so groß, auch bei mir und generell. Und der Erfolg mit den Besucherzahlen und die internationale Aufmerksamkeit ist riesig, dass die Kosten so explodiert sind. Das ist ein Mist. Das ist wie ein armfüllendes Thema. Kann man gerne drüber reden. Aber natürlich ist es ein Stachel im Nacken oder wo auch immer, ja. Hamburg oder Berlin. Können Sie sich mal vorstellen, vielleicht auch für immer nach Berlin zu gehen? Weil Berlin ist ja so Hotspot für Unternehmer, für Berater. Sie sind ja auch als Berater tätig. Ja, ich war am Anfang, also ich bin so 2012, 2013 in Berlin, auch mit einer Wohnung da, war ich fasziniert von der Stadt und wie man so schön sagt, ein bisschen angefixt. Also ich fände das toll. Es ist ja wirklich eine Großstadt mit internationaler Ausstrahlung. Und jetzt über die Jahre merke ich, ich bin doch Hamburgischer, als ich bin und freue mich auch darüber. Und das ist einfach meine Heimat und die Lebensqualität hier und vor allen Dingen auch das Naturell der Hamburger, dann Norddeutschen. Diese freundliche, unaufgeregte Art. Das klingt so banal, aber in Berlin ist es, die Leute sind nett, aber es ist unglaublich aufgeregt, teilweise aggressiv, laut, auch sehr viel hochturiger Leerlauf. Und die Stadt ist faszinierend als Weltstadt, aber zum Leben oder vom Herzen her, immer Hamburg im Herzen eben. Das ist tiefer, als ich selber gedacht habe. Was können wir Hamburger aber von den Berlineren abgucken? Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, das finde ich in Berlin super? Also was in Berlin, was faszinierend ist, aber auch anstrengend ist, das muss man sehen, ist, Berlin ist nie fertig. Es passiert unglaublich viel. Also die Viertel ändern sich in einem unglaublichen Tempo. Es wird viel gebaut. Es kommen Firmen, es gehen Firmen. Es ist eine unglaubliche Bewegung da drin. Und Hamburg ist immer noch ein bisschen statisch. Das ist zum Leben auch ganz schön, das gebe ich zu. Wenn alles relativ ähnlich bleibt, schafft ja auch Vertrauen und Geborgenheit. Aber so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Dynamik und auch mal Mut, irgendwas riskantes zu machen, auch in der Architektur, das fehlt hier ein bisschen, finde ich. Aber das mit dem kleinen Grasbruch, könnte ja der nächste hoch werden. Ja, wollen wir mal gucken, wie es dann wird. Ja, wollen wir mal schauen. Kommt da noch eine Elbphilharmonie drauf? Zwei? Ich glaube, eine reicht. Zweite brauchen wir nicht. Sie waren der erste Bürgermeister. Mit großem Erstaunen hat das ganze Land auf Hamburg geguckt, als es hieß, die erste schwarz-grüne Koalition. Sie haben, glaube ich, sogar Jamaika mal für Deutschland empfohlen, im Bund. Würden Sie schwarz-grün weiterhin empfehlen? Oder zumindest auch Jamaika? Also, mal so rum. Ich glaube, eine große Koalition möchte ich nicht wieder. Und da wäre schwarz-grüne Alternative zur großen Koalition. Und ich glaube, die lähmt das Land irgendwo, macht auch die Extreme stark, vor allem jetzt auf der rechten Seite. Aber das kann ja mal zur anderen Seite gehen. Und wenn schwarz-grün die einzige Möglichkeit ist, um eine große Koalition zu verhindern, wäre ich dafür. Ansonsten sind auch teilweise große Unterschiede inzwischen da. Und der ehemalige Ansatz der Grünen, Ökologie und Ökonomie zu vereinen, auch Klimaschutz, das haben zwischen die anderen Parteien ja aufgenommen. Vielleicht nicht in der Intensität, aber die Ziele sind da gar nicht so unterschiedlich. Und teilweise ist das grüne Gesellschaftsbild aus meiner Sicht sehr schwierig. Und es kann klappen, aber nur als kleineres Übel im Hinblick gegenüber einer großen Koalition. Haben Sie gerade kleineres Übel gesagt? Ja, wieso? Ich will es nochmal unterstreichen. Was wäre Ihre Wunsch-Koalition? Ach, ich weiß es nicht, wirklich nicht. Also die CDU soll die stärkste Partei sein und regieren und ich hätte gesagt, alles andere ist egal, würde ich nicht sagen. Aber ich finde auch, was Sie jetzt anscheinend in Sachsen-Anhalt anstreben, diese sogenannte Deutschland-Koalition mit SPD, CDU und FDP, finde ich auch eine ganz pfiffige Idee. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber das wäre ja quasi die große Koalition plus. Aber die FDP ist dabei und die bringt ein anderes Element noch mit da rein. Ole von Beuys war nämlich derjenige, der erste Bürgermeister, der damals auf den Buzzer gedrückt hat bei Oriental Night. Wissen Sie noch? Ja, ja, warst du noch. 1. September 2003 um 22.30 Uhr. Das war schön. Es gab Tee. Ja. Ist das jetzt eine Kritik, weil es heute kein Tee mehr gibt? Nein, gar nichts. Das ist mir nur in Erinnerung. Heute gibt es kein Tee mehr. Und es gab Lokum damals. Wissen Sie noch? Ja, ja, ja. Als ich Ihnen Lokum angeboten habe, konnten Sie drei Minuten nicht reden. Tatsächlich, ja? Ich kann mich noch an die 10 Sekunden. Da haben Sie Lokum zwischen den 10 gehabt und der Bürgermeister wusste nicht mehr, wie er reden soll und musste sich drei Minuten die Zeit überbrücken, weil er nicht mehr sagen konnte. Daran kann ich mich erinnern. Ich habe ein paar spannende, lustige Sachen ausgesucht und ich dachte, Herr Ole von Beuys könnte die doch mal kurz kommentieren. Das sind so interessante schon Zitate, die von Ihnen kommen. Sie haben zum Beispiel gesagt, einmal, einmal dachte ich, ich müsste ein Grußwort bei Verdi halten. Kurz vor Beginn der Veranstaltung erfuhr ich dann, dass es sich um ein erwartetes Grundsatzreferat handelte. Ich bin ziemlich ins Schwitzen gekommen, habe mich für 10 Minuten aufs Klo verkrochen und mir Stichworte gemacht. Stimmt, ja, so war das in der Tat. Aufs Klo? Ja, ich wurde noch in ganz großer Präsident. Das war hier in der Nähe gewesen, ich glaube, beim großen Tagungsraum oder vorhin Besen mit in der Hof? Nee, war nicht Besen mit in der Hof, sondern die, ich glaube, bei der Hanse Merkur, die haben so einen riesigen Veranstaltungssaal gehabt, da haben die getagt und da wurde gesagt, schön, dass Sie da sind, wir erwarten von Ihnen grundsätzliche Ausführungen und so weiter. Ich hatte auch so ein Mist, ich hatte nur noch ein Grußwort und dachte, was mache ich jetzt, wäre etwas eher da und sage, ich muss mal kurz die Hände waschen, bla bla, hatte zum Glück einen Stift und einen Zettel dabei, bin aufs Klo gegangen und hat mir einige Gedanken gemacht schnell und die dann Stichworten aufgeschrieben und nachher lief es eigentlich ganz gut, weil natürlich eine freie Rede auch viel glaubwürdiger und besser ist als ein vorbereiteter Text, aber da habe ich schon ein Blut im Wasser geschwitzt. Also Sie sind eher auch der Freestyler quasi, ja gerne einfach mal seine Reden so aus dem Ärmel schütteln. Naja, das würde ich nicht sagen, ich mache mir schon Gedanken vorher, also oder habe mir hier gemacht, da muss ich ja zum Glück keine großen Reden mehr halten, aber es gibt Unterschiede, also mal ganz blöde gesagt, wenn Sie auf einer Trauerfeier reden, da können Sie nicht Freestyle reden, das geht überhaupt nicht, sondern da ist ein falsches Wort und das ist nachher taktlos und falsch verstanden, aber normalerweise habe ich mir, Sie haben ja als Bürgermeister einen Redenschreiber oder sogar anderthalb Kräfte, die in die Reden schreiben, das ist die Grundlage, das habe ich mir angeguckt, danach Stichworte gemacht, das dann garniert mit eigenen Erfahrungen, Ideen und dann nach Stichworten geredet, aber nicht Freestyle, aber letztlich frei und nicht abgelesen. Zum Thema Veranstaltung hat der Bürgermeister AD mal gesagt und er war ja auf neun Jahre lang auf vielen, vielen Veranstaltungen, mein Patentmittel lautete früh gehen, zu Hause ein Glas Rotwein nehmen und einen Krimi lesen. Sind Sie natürlich die Hintertür abgehauen? Teilweise ja. Ehrlich jetzt? Ja, Sie müssen also, wenn Sie irgendwo hingehen und halten eine Rede und hinterher ist das gesellige Besammensein, dann stürmen alle auf Sie zu und alle wollen was von Ihnen. Sie können Ihnen aber gar nicht helfen, weil Sie den Sachverhalt gar nicht kennen. Und der gefürchtigste Satz ist, haben Sie mal eben drei Minuten und da kommt jemand mit so einer kleinen Akte, ich habe schon mal was aufbereitet, vielleicht können Sie mal und so weiter. Und das habe ich unglaublich gehasst. Und mein Part war ja in erster Linie, dann eine Rede zu halten oder jemanden zu würdigen, wie auch immer. Da war ich immer sehr früh da, dass man am Anfang ein bisschen reden kann. Und wenn mein Part vorbei war, bin ich teilweise auch geguckt, wie komme ich hier raus, ohne dass es unhöflich wirkt, um da wegzukommen. Sie haben mal 2019 einen offenen Brief geschrieben an die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Und darin sagten Sie, sie hat viel erreicht mit dem Thema Klimaschutz, dennoch hieß es, sollte Greta nicht die Demut vor Andersdenkenden vergessen. Ja. Ist sie denn so, dass sie eigentlich alles andere ignoriert? Ich kenne Greta nicht, nur das war damals ihr Hype und ich erinnere, mit welcher auch Härte es damals darum ging, dass in Deutschland der Kohlebergbau dichtgemacht werden soll. Da kann man ja über alles reden. Das war unglaublich hart und kompromisslos. Und ich fand immer imponierend, obwohl ich ja nun Hamburger bin, wie in einigen Teilen Deutschlands Generationen der Leute unter der Erde gearbeitet haben, teilweise ihr Leben gelassen haben, um Kohle rauszuholen. Und das praktisch als völlig falsch und Vergangenheit darzustellen und zu sagen, alles Schluss und das auch nachträglich als großen Fehler der früheren Generation zu kritisieren, ohne zu sehen, da haben sich Generationen von Leuten im Grunde ihr Leben wirklich krumm gearbeitet, teilweise ruiniert, aber auch mit Emotionen dabei. Politik muss auch mit Emotionen die Gefühle der Menschen aufnehmen. Und ich fand, es war einfach zu wenig empathisch und zu wenig Gefühl. Und das ging mir auf den Keks. Letztes Zitat, Vergleich, Hamburg, Berlin und mein Lieblingszitat vom leider verstorbenen Designer, ich sage jetzt mal den Satz, dann werdet ihr wissen, von wem der ist. Tod zur Welt. Das Tod zur Welt Zitat. Nein, fast nicht. Sorry Berlin, aber wer eine Jogginghose draußen trägt, hat schon verloren. Achso. Hat auch Karl Lagerfeld gesagt. Tragen Sie nie Jogginghose draußen? Aber Karl Lagerfeld hat gesagt, Hamburg ist das Tod zur Welt, da geht man durch und kommt nicht wieder. Also das ist sehr zweischneidig, wie er Hamburg gesehen hat. Wann haben Sie das letzte Mal Jogginghose auf der Straße getragen, Herr Bürgermeister? Eigentlich nie, das ist nicht so mein Ding. Echt nicht? Ich trage alte Jeans. Nicht mal drauf, Zilt im Molo? Ich bin nicht so ein Jogginghose-Mensch, also wenn trage ich Jeans, aber Jogginghose trage ich ja nicht so auch. Also damit hätten wir das auch geklärt am heutigen Abend. Ihr werdet Herrn Ole von Beuys niemals in einem Jogger sehen, obwohl die sogar sehr stylisch sind. Gibt es ja so neue Dings von den ganzen Premium-Marken. Ja, ich weiß ja. Unglaublich. The reason why our bad living in Africa is cool. Yeah.